so warte ich überspringen die Ladezeit durchschnittlich mehr zu quatschen ja also man sieht hier wo durch ein Boot und was auch immer das sein soll der Fahrt da sie stil ist nach dem Ausstieg so ein Ort oder flächentlich schön um ein das war so ein untergegendes Boot ja an dem wir öfters gescheitert sind ja mehrmals du lade ich ja am Tag mehr Videos hoch als ich ich lade ja irgendwie selten noch Videos hoch ich lade ja ich hab jetzt sechs Tage lang keine Videos mehr auf manchmal lade ich hab beim bei mir ist einfach das Problem ich muss ja wie gesagt rändern und ein Video dauert da äh knapp ne als ich auch in den Topel oder ich hab's auch mal aufgenommen worden aber auch mal ja scheiße ach so ja toll ich hab vergessen kann man es nicht wo macht man kann man sich dafür hier und bringt ihr doch da unten bringt er es recht was auch mit der einsteigen das sieht man so verschwommen und recht ja auch noch von hatte dann geht's lang ach ich halte ja wie immer erst mal die gegner oben aus alle wichtig haben alle übern Haufen geballert hat dort ist das sehen müssen mit der Schottkampf und nachladen erlebt doch er gesagt hat doch unten an welcher Ahrung aber ich kann mich nicht bewegen schlacht zu finden kann ich bin weit weg von den Vorsitzenden wer jetzt bin ich ich nehme über P90 Oh, unter uns Scheiße, da kommt mehr, da kommt mehr, ich muss nachladen Wer mich kennt, der weiß, ich muss nach jedem Kill oder nach jedem zweiten und ich denke, da ist sicher nachladen Bin gerade kein Fall Ich auch manchmal Nur manchmal, aber nur wenn ich war, da kommt jemand mehr und wenn dann möglich ist, dann muss man dann mehr an den Kopf nachladen da wenn man dann nachladen Hintermier vor mir meine ich eben Scheiße, es geht ja nach Zeit Fuck, wo muss ich lang Oh, fuck, fuck, fuck Fuck, durch einen Nebengelassen und mehrere mehrere die Bank nicht ab Also ich glaube, die Sporn einfach nur unten und versucht das gerade zu machen Ja, hier unten kann man dann mal was nicht ausmachen Ja, ich auch, da hab ich schon gerade, weil ich dann mal schichtletzt bei mir Weil ich dann muss man nach rechts Ah, ich bin fest, ich bin Äh, Leute, was machen die da? Ich muss ja, also das sieht voll pervers aus Ich hab grad fast einen Husten-Aufall bekommen Ah, nee, ich dachte, es war da Hier sind drei Leute Ich hab gedacht, du wärst schon froh Irgendwann, mir kommen immer da Multilex, da hab ich 11 FPS, schau ich gerade unten nach Immer wenn ich neun, äh, wenn ich um ne Ecke schau, hab ich 11 FPS Ja, aber mir sind immer gut, vielleicht solltest du auch ein Fenstermodus aufnehmen Nee, im Fenstermodus war es schlimmer bei mir Ähm Ähm Ja, was ist eigentlich hier? Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass bei mir drauf tut hier irgendwie nicht so voll funktioniert Vielleicht, wegen deiner Grafikkarte da Nee, die hat doch, hat ja um Hä, wo, na, hä? Hä? Vielleicht, weil ich nur auf 30 FPS aufnehmen auf hier hoch Oh, nee, Thomas sich an Oh, nein, jetzt kommen wieder die Tausende von Gegner Ah, meine Aufnahme hat grad gestoppt Warte mal, ich muss ganz kurz was machen Noch zu müssen und noch so deswegen Geht es nicht Was bauen Die sind schon alle oben Alle, wo sei in Deckung Alle, wo sind die Typen Da hab ich's gesehen Ich hab wieder begeben, bevor ich sterb Ich krieg ja Schaden, wenn ich, äh, ich krieg ja irgendwie kein Schaden wenn ich ich wiederbelebt stutter vor einer anderen Waffe gehabt die jemalige in der Mitte die Primärwaffen nie nur wenn es ernst wird die Nummer von der Mission bekommen hat immer nur die schlechten und auch nicht wieso ich will nur in den Kopf mit der Einten Machen hätten Helmese ist komisch die Gegner waren da vorne schon und dann sind wir noch mal welche während wir schon da sind normal sind wir immer noch hinten dann war das Tietig ist eigentlich recht gut aus da hinten auch für die Schwäbende Booter nicht aber sie sind die er wie das Haus sich zwar irgendwie da hinten so neuladen immer mehr haben sich auf der Stelle auch schon zu tun welche Schwierigkeit spielen auch schon mal auf so laut rein und raus und ich muss kurz mal meine Aufnahme und Posten bevor es los geht ja wo ich nehme wieder mal in der Lage wird schon auf weil ich das mag euch zu quälen nein nein es kommt stimmt die ganzen Hater Kommentare ein ganzes ein ganzes Kommentar Ö du Erschloch wenn die habe ich sieben Sekunden bei das Leben zu Bladebildschirm gehangen ja man kann auch einfach überspringen so wie ich immer mache irgendwie wenn ich Let's Play Show allgemein Singleplayer und so ich schaue da einfach nicht die Szene an wo die Labo nicht mich interessiert ist also jetzt die Hauptcharakter und so wenn jeder stundenlang reden ist es gibt mich doch nicht jetzt bin ich an um die Leute reden zu sehen Prozent soll ich mal einen auf Scharfschutz machen um weil sonst bist du ja immer oben er hast du die Stoffe zu tun ja aber ich bin schlecht unten so ist euch wieder vorstürm ja hast du einen M.G. gut und in welches Neibachstum welches Neibachstum ist es ich habe gar keine Sleitung die zwei M.G.s ich hatte diese Mission zum Glück bin ich ja eher das Neibachstum wie immer falls was unten ist muss ich versuchen runterzukommen naja alter wo dann äh wo ich versucht habe auf dem Bus zu kriechen mich hochgepackt hab dann und du dann oben abgeknallt wurde wo ich mich hochgepackt hab wo ich dich nicht mal gefunden hab ja das ist geil wir haben die Mission nämlich alle schon öfter gemacht oh 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 mach ihn weg oh da ist ein Heli ich hab mir gar nicht draufgefallen der ist auch gerade durchgekommen ich hab's gehört der ist direkt über mir bin tot jetzt muss ich versuchen Alter gerade wollte ich losschießen dann knallt er mich weg okay warte bleibt du auch erstmal oben dann versuch' runterzukommen und auch mein Name liegt hier oben ach egal unten braucht hier kann ich noch vor aber ich mal zu dir gekrochen das ist auch ich möchte zum oben wo ich dann auch da runter springen musste hier muss dann hochgekommen will und dann unten war so möchte ich kann ich nicht sehen oder nicht frei das ist das hängt von mir herr wo ist er denn warum ich auf einmal kaputt die Zeit von meinem Absolut haben wir noch eine höchste ja aber ich habe mich im Krankenwagen es ist ich kann es nicht alles kann schlechter kennen muss ich tun dass man hier rein kann komm mal weil ich was gepasst hätte wenn die Welt da wo du gestorben bist wenn die Sirene dann gekommen wäre das war ja auch schon lange müssen irgendwie erwartet wo man wusste ich du dass es da einen Raum gibt Alter das ist mir noch nie aufgefallen das ist ja wohl ja komm ich bin jetzt bei neun Minuten Aufnahme ich bin bei 5 Minuten zum Beispiel eines Meistert da oben ich dritte Prozent ich habe den mit einem Magazin nicht getroffen was stimmt jetzt nicht und nicht es war nicht mehr so die Felsspiel ganz komisch in der Mitte auch noch nicht doch nein das ist so komisch herrn kann man nicht hoch aber ich bin auf die Kisten kommen aber aufs Hauskund nicht wird das 2 die dritte vielleicht irgendwann im Waffe Eier hier auch Kassi er hat es liegen vor allem was ich zum 6 mit dem Zorten Prozent von Norden die Buchstupe an der Schiener dessen Kommersinn und im Haus ist und er kommt ja schnell ein bisschen die anderen Leute hier reingekommen doch hier liegt man in Lofts Neuer Frau Bumbo das sind dann eigentlich Prozent dann mit auf 30 FPS setzen ich weiß noch nicht es geht die muss er bei Bennington FBS festsetzen da kann man doch auswählen sind Prozent um steht das FBS Mensch machen als er ist da warte zwei Leute muss sein ich habe FBS auf ich habe keine FB FBS mit gesetzt noch dreißig dann Prozent nicht zum Mutilex kommen dass sie plötzlich auf 40 Personen rund auf 20 was habe ich 537 er was ist dann Stachtrat schon so ein Jahr genauer oder so so leute es musste einfach sein die erste was ist eigentlich an wo ist er da oben so wird er ich meine Kinder verweckelegt ich treff nicht mehr ich sehe nichts wo ist er er hat er nicht sehen ich sich vor allem ich bin er da um die Orientierung ich bin so dass zu tun da gut ich war mal sehr gut ja wo ich noch gar nichts von dem Wunsch nicht mal wo ich immer gefragt habe wo läuft man weil ich war da noch die Falltasten irgendwie gewöhnlich weiß ich von wo von Irgendwann Früttemberg Scheiße wurde mich erwischt die kleine Penner aber er hat er will nicht wenn wir uns auf dem Weg ein Erkranker ihr habt ihr habt ihr will wie viele zwei bis treu und dort das ist ja auch so wie immer ich werde allemal heilige Scheiße Zeit und kommen da so viele das ist ab nur mal oh Entschuldigung es war ich wenn ich neben der Evakuierungshelikopter kommen würde ich würde die Zivilisten auf den Boden schmeißen und selber drauf springen ist doch so Alter guck mal wie viele hier sind das war dann wieder tot ja klar ist der vor uns wo gerade noch ich war gerade fast tot seit wann kommen da sind 500 stücke aus wenn kommen dass viele auf einmal um nicht bereit und ich bin jetzt bei 13 Minuten ich muss kurz mal rausgehen bis zum nächsten Mal